Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin euch wieder auf die Eid nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel. Walking Death Road of Survivor. Ich starte das Spiel mal. Ich habe es mir gerade schon heruntergeladen. Wollte allerdings mein altes Account haben. Aber der hat mein altes Account mit diesem Card überschrieben. Schweinerei. Mist. Na gut. Jetzt ist das halt mein Account. Jetzt gibt es Red Dog nicht mehr. Ja. Ja. Dann fangen wir mal an. Ich mache jetzt hier die Dailies erstmal fertig. Dann schließe wir euch eins ab. Das ist der hier. Es sind auch fünf Runden. Wir vertrauen dir mal. Angriff. Wie ärgerlich. Ich war so weit gewesen. Na ja. Ich muss mal vollgetreten. Team-Auswahl, lieber springen, gehen nur drei Leute bislang? Kein Problem. Abläuft sowieso nur die drei? Ich weiß es nicht. Drei? Ne, ich glaub fünf anders. Na egal. Drei. 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 Okay. Das gleich down. Ganz bisschen eben noch. Okay. Ich muss meine Leute mal kurz aufleveln. Ne, nicht den. Okay, das geht schon mal nicht. Das geht nicht. Ich muss das Team nochmal angucken. Der und die, das sind die beiden stärksten. So. Speichern. Okay. Okay. Nummer 1. Team auswählen. Angriff. Starten. Gut. Gut. Bye. See you. Will. See you. Here is the deal. Yeah. Oh. weiter okay das war jetzt die eine quest gewesen jetzt gehen wir zur mission fordern die ganzen sachen ein ach ich bin ja gar nicht auf täglich hier ist ach geht das auf level 6 ja dann das ist noch am arbeiten überspringen keine ahnung einfach was drücken hier öffnen zweimal einfordern team fertig team speichern angriff automatisch so ich bin ja schon wieder auf fertig team speichern und let's go oh ja 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 Das war's für heute. Yippee! 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 Nice! Nice! Gut, das war alles. Also ich habe ein Wohngebäude, zwei Felder. Hier, okay, ich kann nur noch eine Farm bauen. Sofort. Hier kann ich Trainingscampen bauen. Oh, das ist erstmal fertig. Zack, 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 zack. Okay, einfordern. Weiter. Okay. So. Das haben wir einmal. Dann werde ich hier einmal ein Lager hinbauen. Hier werden wir ein Nahrungslager hinbauen. Da kommt dann das Wohnhaus hin. Oh, ich habe das alles schon gehabt hier. Alles weg. Da war die Frage. Sie haben auf diesen Facebook-Account schon einen anderen Account. Wollen Sie abbrechen? Wollen Sie übernehmen? Oder wollen Sie ein anderes Konto wählen? Erst habe ich gedrückt auf anderes Konto wählen. Weil ich dachte, ich kriege dann das andere Konto. So, dann hat er aber abgebrochen sozusagen. Hat er nichts gemacht. Dann habe ich beim nächsten Abbrechen gemacht. Das ist Abbrechen natürlich. Und beim dritten hat er... habe ich das andere genommen. Ja. Und dann wird mein Ding jetzt überspielt. Und jetzt habe ich das hier. Den Account. So, I missed. Jonathan. Ich bin Jonathan. Ah. Ja. So, dann hole ich jetzt die Quaste hier noch ab. Und das war es auch schon für heute. Ähm. Rot, Rot, Gelb. Und ein Grün. Auf Level. Maximal. Upgrade. Aufstieg. Okay. Upgrade. Ich habe keine Gummistiefel. Ich habe nicht. Mal. anzeigen lassen automatisch füllen ja der ist natürlich der stärkste bei mir jetzt ist klar dass der ankommt ja fertig jetzt habe ich nur noch rote das ist auch schlecht na egal so das ist mein team hier habe ich noch was events egal ich würde sagen das fassen erstmal für heute gut dann brechen wir das spiel mal ab spiel beenden und ich sage mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen ciao